Als Brennstofflager für Holzpellets sind die flexiblen Silos und Lagerbehälter aus dem Hause ABS die ideale Lösung für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Heizanlage. ABS-Silos sind in vielen Bereichen langjährig erprobt. Die durchdachte Konstruktion wird auf Paletten von einer Spedition angeliefert. Hierbei passen die Einzelteile durch kleinste Türen und Fenster. Durch die raumoptimierte Fertigung nach Ihren Maßangaben ist eine Installation in vorhandenen Räumen problemlos möglich. Zwei Arbeitskräfte benötigen ca. 2 Stunden zum Aufbau des Silos. In der Regel werden zunächst die Gestellfüße mit dem Zugeisen vormontiert und aufgestellt. Vor Ausbreiten des Silosacks muss der Boden von spitzen- und scharfkantigen Gegenständen gesäubert werden. Einbauten an der Decke sind zu entfernen. Anschließend wird der Silosack nacheinander in die Tragriegel eingeschlauft und aufgehängt. Dank der flexiblen Baugrößen in Länge, Breite und Höhe ist eine optimale Raumausnutzung gewährleistet. Ausführungen bis zu 30 Tonnen sind möglich. So können zusätzlich zu den Standardgrößen die ABS-Silos individuell nach Ihren Maßangaben gefertigt werden. Auch eine Lösung mit mehreren gekoppelten Silos ist möglich. Die Silos sind grundsätzlich frei zugänglich und wartungsfreundlich. Die ABS-Druckauslauf-Silos haben die gleichen Eigenschaften und Vorteile wie Sacksilos, entsprechen aber in ihrer Ausführung eher einem Bunker mit Schrägboden. In der Regel werden die Holzpellets mit einem Tankwagen angeliefert. Ein bis zu 30 Meter langer Befüllschlauch ermöglicht es, fast jeden Standort im Haus zu erreichen. Ein Hausanschluss erleichtert die Zugänglichkeit bei der Befüllung. Die Befüllung der ABS-Silos erfolgt je nach Schlauchlänge mit 0,3 bis 0,8 Bar. Die Silos aus langlebigem Hightech-Polyestergewebe sind mit einer siebenfachen Sicherheit auf Naht und Gewebe ausgelegt. Das Gewebe ist dauerhaft elektrostatisch ableitfähig. ABS-Silos zeichnen sich durch ein hervorragendes Auslaufverhalten aus. Das atmungsaktive Gewebe verhindert die Kondenswasserbildung und Temperaturschwankungen im Silo. Die einfache, weitgehend staubfreie Befüllung erfolgt seitlich am Silo. Diese Befüllart garantiert einen optimalen Füllgrad. Falls der Aufstellraum über eine Abluftöffnung verfügt, kann ohne zusätzliche Absaugung befüllt werden. Durch das flexible Silo-Gewebe und eine zusätzliche Prallwand werden die Pallets besonders schonend eingefüllt. Dank modernster Fördertechniken können die ABS-Silos an nahezu allen Standorten im Haus aufgestellt werden. Auch eine Aufstellung außerhalb des Gebäudes ist möglich. Hierzu bekommen die Silos eine spezielle Außenhülle als Wetterschutz oder aber sie sind in einer Holzhütte platziert. Unter bestimmten Voraussetzungen ist selbst im Dachgeschoss eine Aufstellung möglich. Die gängigsten Fördermethoden zum Vorratsbehälter des Heizkessels sind die Saug-, Spiral- oder Schneckenförderung. Auch Kombinationen der Fördersysteme sind möglich. Die Förderung kann hierbei manuell oder vollautomatisch gesteuert sein. Der Füllstand im Silo ist optisch von außen sichtbar. Im Notfall können die Holzpellets auch über einen Handbefüllstutzen nachgefüllt werden. Nutzen auch Sie die flexiblen Lösungen von ABS, wenn es auf eine sichere und wirtschaftliche Lagerung sowie Förderung von Holzpellets ankommt. Über 40.000 installierte ABS-Silos weltweit geben Ihnen die Sicherheit, den kompetenten Partner für Ihr Projekt gefunden zu haben. Als Experte für den flexiblen Silo- und Behälterbau weiß unser Team genau, worauf es ankommt. Behandlauert Behandlauert Untertitelung des ZDF, 2020